Dann sage ich mal herzlich willkommen und ja, schön, dass der Helmer bei uns ist. Guten Morgen nach Südafrika an Helmer Rudolf. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Sonne. Du hast es gut. Entschuldigung. Ja, genau. Musste ich kurz mal. Wir wollen heute sprechen über das erfolgreiche Manifestieren. Und ja, dann in die gelebte Realität nehmen. Lieber Helmer, du bist ja schon ganz, ganz viele Jahre als Coach unterwegs und man kann dich ja auch intensiv buchen und an die Seite holen. Denn das Masterkey-System, mit dem arbeitest du und begleitest dann entsprechend damit auch deine Klienten. Jetzt hatten wir ein Gespräch hinter den Kulissen, weil wir uns immer mal wieder austauschen. Und es hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, lass uns das mal auf Tonband nehmen und unbedingt den interessierten Zuhörern schenken. Die eben genau offen dafür sind. Ja, das ist ja so ein sich wiederholendes Thema, sodass wir Gespräche haben und dann nachher feststellen, Mensch, hätten wir gleich mal aufnehmen sollen. Richtig. 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 Der Absicht ist, dass ich einen Gedanken, der auf einem Willen basiert, was ich gerne möchte, dass ich das bewusst in eine Realität umsetzen kann und zwar dadurch, dass ich es dahin steuere. Gut, aber woher kommt der Gedanke und woher kommt der daraus resultierende Wille? Woher grundsätzlich ein Gedanke kommt, das weiß, glaube ich, auf dieser Welt keiner. Da gibt es zwar schöne Forschung, aber Beweise gibt es da gar keine. Sondern es geht ja, wir sind, unser Handeln basiert auf entsprechenden, naja, Signalen, denke ich mal. Also du bist positiv orientiert für das, was du denkst, was gut für dich ist. Und so richtest du dein Handeln danach auf, dass positive Effekte für dich entstehen, so wie du sie empfindest. Das ist jetzt fast sogar deine Gewohnheit, würde ich sagen. Denn ich sage, unser Handeln entspringt auch bestimmten Gewohnheiten, Prägungen und Mustern und Glaubenssätzen, die wir mitbekommen haben. Dankeschön. Das war dann die zweite Seite. Ihr seid nämlich beide richtig, die beide richtig. Und das wäre nämlich dann das, was du sagtest, liebe Sam, genau dahinter, was der liebe Daniel gerade sagte. Also bin ich hinter den Kulissen, ja? Du bist hinter den Kulissen. Um es mit Onkel Charles wieder zu halten, ich mag ihn ja so gerne für seine kurzen und knackigen Zitate aus dem Masterkey-System. Er sagt ja, du kannst keine Kräfte ausdrücken, die du nicht besitzt. Das ist ein Killersatz. Und die Kräfte, die wir besitzen, sind interessanterweise Kräfte, die wir uns nicht bewusst zu eigen gemacht haben. Das ist nämlich genau das, was du sagtest, liebe Sam. Das sind die Gewohnheiten, die Programmierungen, die Überzeugungen, die uns eingeprägt wurden, während wir noch nicht in der Lage waren, sie zu hinterfragen. Und oft ist es ja so, dass wir uns im Leben weiterentwickelt haben und trotzdem nicht in der Lage sind, die Dinge zu hinterfragen, weil wir einfach sinnesgesteuert sind und einfach nur über unsere Sinne das wahrnehmen oder für wahrhalten, wir haben das ja schön in der deutschen Sprache, was diese Sinne uns anzeigen. Aber sie sind eben nur eine Auswirkung und sie wurden von Ursachen gesetzt, derer wir uns vielleicht vollkommen unbewusst sind. Und um da den Kreis zu schließen, vielleicht wollen wir was oder machen uns Gedanken über etwas, was gar nicht unseres ist, was uns vielleicht gar nicht gut tut. Und daher kam ich eben zu der Frage, warum wollen wir was manifestieren? Und vielleicht sollten wir vor der Manifestation mal die ersten Schritte machen und eben uns besser kennenlernen und zu gucken, was unsere Motivation ist für die Manifestation. Ob das wirklich unser Ereignis ist, ob das wirklich zu uns passt und ob das wirklich dauerhaft für uns gut ist, diese Manifestation. Wir sollten das, was wir uns wünschen, was wir zu verwirklichen suchen und was wir ja auch gerne, das hatten wir ja in unserem Gespräch gestern, was wir auch gerne behalten wollen, das sollten wir uns gut überlegen. Da gibt es ja, Hicks sagt ja wahrscheinlich auch jedem was, da gibt es ja diesen schönen Satz auch, ganz viele Menschen wissen, was sie nicht wollen und damit schwimmen sie permanent in der Frequenz des, was sie nicht wollen. Ja, natürlich, weil es ihnen auffällt, weil es in der Natur der Sache liegt, dass das, was sie nicht wollen, unharmonisch ist. Weil wir eine harmonische Grundprogrammierung haben, weil das Leben oder das große Ganze hat drei Qualitäten, das wir Leben ausdrücken. Es will Leben bewahren und es will Zustände verbessern, das heißt, es will Harmonie erzeugen. Und all das, was nicht harmonisch ist, fällt uns auf, das fällt uns auch mit, oder die Sinne sind so ausgerichtet, dass wir diese Unterschiede wahrnehmen. Ich sage das immer so schön, du bist in Afrika und du siehst eine Savanne vor dir, so Grasland, alles schön ausgetrocknet, also es passiert nichts, schön trocken und die Sonne senkt. Und auf einmal kommt da mittendrin kommt ein kleines Schwänzchen hoch von irgendeinem, sagen wir mal, Geparden. Das nimmt der Sinn sofort wahr. Das heißt, der Unterschied, der sich aus dieser nicht unterscheidenden Savanne ergibt, wird sofort von den Sinnen wahrgenommen. So funktioniert das System. Und dementsprechend nehmen wir auch die unharmonischen Dinge wahr, weil wir sie wahrnehmen sollen und weil wir sie in letzter Instanz in harmonische umwandeln sollen. Also empfiehlt es sich natürlich schon mal dahin zu schauen, was ich in Harmonie sehe, was ich möchte, was ich an mir mag. Und da ist eben das Tauchen in sich selbst ganz wichtig, um genau das erstmal rauszufiltern und den Fokus gar nicht zu legen auf, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Richtig? Naja, Tauchen impliziert, dass du in Wasser eintauchst. Ich glaube, viele Menschen schlagen erstmal ziemlich hart auf, wenn sie eintauchen. Weil, ja, gibt es einen Witz, aber den erzähle ich später mal. Weil sie sich erstmal konfrontiert sehen mit ihrer Vergangenheit und mit ihrer Programmierung und dieses Eintauchen kann zunächst erstmal ziemlich schmerzhaft sein. Und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und ein Schmerzvermeider. Und diese Schmerzen und diese Dissonanzen müssen erstmal konfrontiert werden. Es muss ja erstmal auf den Grund der Sache gegangen werden. Und da halte ich es auch gerne wieder mit Onkel Charles, wo er sagt, du musst die Bedeutung dessen spüren. Denn sobald du die Bedeutung dessen spürst, was du anziehst, bist du in der Lage, die Umstände bewusst zu kontrollieren. Ich sage das gerne nochmal. Sobald du die Bedeutung dessen spürst, was du anziehst, bist du in der Lage, die Umstände bewusst zu kontrollieren. Weil die Bedeutung dessen zu spüren, was du anziehst, heißt, dass du die Ursache erkennst. Und nur wenn du die Ursache erkennst, kannst du auch eine neue setzen. Ja, kommen wir kurz zum Nachdenken, eine Sekunde warten. Ich hatte einen Gedanke dazwischen, der mich erinnert hat an frühere Gespräche zwischen uns, wo ich gesagt habe, es fällt den Leuten, das haben wir so bei bestimmten Seminaren, was wir gemacht haben, festgestellt, den Leuten, die sich wirklich anschauen wollen, unter diesen Perspektiven, die wir hier besprechen, zum Teil echt schwer in diesen eigenen Spiegel zu schauen, um sich zu erkennen, um die gesamten gefühlten Unzulänglichkeiten. Da werden jetzt wieder andere Lampen angehen, zu sagen, ich bin so, wie ich bin, perfekt. Aber wenn wir ehrlich mit uns sind, sehen wir uns, wenn wir uns ehrlich betrachten, mit ganz vielen Dingen, wo wir sagen, das hätte ich gerne anders. Was das jetzt bedeutet, lassen wir mal außen vor, es muss jetzt nicht der Körper sein, sondern zum Beispiel eben auch, was ich gerne gemacht hätte und wo Erinnerungen dranhängen, wo ich sage, das schleppe ich schon mein ganzes Leben lang mit mir rum, dass das damals so gelaufen ist und so weiter. All diese Dinge, wenn man die bewusst intensiv betrachtet, ist es für doch eine ganze Menge Menschen schwierig, da wirklich tief hinzuschauen und diesen Reflexionsprozess, den du ansprichst, auch tatsächlich gewähren zu lassen mit diesem Folgeeffekt, der dann kommt, dass du dir dessen bewusst wirst, dass du dir der Situation bewusst wirst und dass dann die Effekte eintreten, dass erst dann eine Veränderung möglich wird durch das dahin geschulte Bewusstsein deiner selbst. Jetzt gibst du mir eine Steilvorlage und jetzt wird es nämlich interessant und jetzt tauchen wir wirklich tief ein und wir haben eine ganze Menge Wasser vor uns, in das wir eintauchen können. Weil auf der geistigen Ebene, auf der nichtkörperlichen Ebene sind wir vollkommen perfekt und das ist eine wissenschaftlich exakte Aussage und wir sind nicht nur vollkommen perfekt, sondern wir sind auch stark und mächtig und gleichzeitig sind wir liebevoll und harmonisch. Auf der geistigen, nichtkörperlichen Ebene. Auf der körperlichen Ebene, auf der materiellen Ebene sieht das oft anders aus und somit sagt es uns, dass die beiden sich gegenseitig nicht ausschließen. Es ist ein Sowohl-als-auch und gerade das, diese Erkenntnis, ist die Chance zur Veränderung, weil ich nämlich weiß, dass, und Onkel Charles ist mein Freund heute, der Geist einer Sache ist die Sache selbst, weil der Geist nichts anderes ausdrücken kann als mehr von sich selbst und der Geist, das Geistige, das Feinstoffliche materialisiert, verdichtet sich gemäß seiner Gedanken. Dementsprechend kann der Geist nichts anderes hervorbringen als sich selbst. Warum sage ich das? Weil das eben unsere Chance ist und weil wir auf der geistigen Ebene vollkommen und perfekt sind, stark und mächtig sind, liebevoll und harmonisch sind, können wir das oder dürfen wir das mehr und mehr in Anspruch nehmen und genau das wird sich gesetzesmäßig für uns verwirklichen. Die Frage ist jetzt nur, und da kommen wir zu dem vorigen kurz zurück, lasse ich mich durch meine Sinneswahrnehmung blenden, durch das, was ich wahrnehme und was ja dissonant ist in vielen Fällen, weil die Harmonie muss ja geschult werden, die Harmonie wahrzunehmen, weil die Harmonie nimmt sich ja selbst nicht wahr, oder gehe ich in die innere Welt, in die Welt der Perfektion, in die Welt der Vollkommenheit, richte da meine Aufmerksamkeit drauf und verwirkliche das gesetzmäßig, genauso wie sich das ganze Unharmonische auch gesetzmäßig verwirklicht hat. Also ist der erste Schritt doch aber ganz wichtig für uns, erst mal diese beiden Komponenten zu erkennen, einmal das aus der geistigen Welt und dann eben das, was sich gerade bei mir in der, ich sag mal, gelebten Realität zeigt, um dann, da wollen wir ja heute noch hinkommen, zu sagen, wie kann ich denn dieses Werkzeug, was ich aus dem Geistigen ja auch habe, nutzen, um für mich das zu manifestieren, was ich wirklich in meiner Realität leben will. Ja, dafür muss man sich mit dieser Sache befassen, dafür muss man auch dort Bewusstsein schaffen, bewusstes Sein schaffen. Auch hier wieder die Polarität in einem Wort, nämlich das Bewusste, das heißt das Wachbewusste und das Sein, das heißt das Dauerhafte, der dauerhafte Zustand. Und durch diese Betrachtung, durch diese genaue Beobachtung werden wir uns der Sache bewusst und wir werden uns eben dessen bewusst, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Das heißt, denke ich an Perfektion oder habe ich Gedanken der Perfektion, der Vollkommenheit, der Liebe, der Harmonie, dann werde ich mir dessen bewusst. Und das ist das, was ich eben dem Leben gebe und das Leben gibt mir dann genau das zurück. Ich bin natürlich auch, oder es steht mir natürlich völlig frei, meine Aufmerksamkeit auch auf das Unharmonische zu richten und das zu manifestieren. Womit ich dann genau? Weil das ja aus meiner Perfektion so ist, dass ich das realisiere, was ich eben, ja ich sag mal, im Fokus dann habe und wo ich meine Energie hinrichte. Aber der erste Schritt ist das Erkennen. Also ich möchte so einen kleinen Punkteplan vielleicht heute hier mit euch erarbeiten, damit es griffiger wird für die Menschen, die sagen, so ich will da mich nochmal wieder ranwagen ans Thema, denn nichts ist gerade in diesen Zeiten für viele auch wichtiger, als das Geistige wirklich zu verinnerlichen und eben dieses Manifestieren einer neuen Welt, von der ja auch viele sprechen, für sich selber zu erschaffen. Denn darauf zu warten, dass uns jemand diese neue, schöne, heile Welt bringt, das werden wir dann wahrscheinlich lange können. Also nochmal zurück zum Punkteplan. Vielleicht kannst du mit uns so einen roten Faden erarbeiten und sagen, so Schritt eins, zwei, drei, vier. Ich weiß nicht, hatten wir das nicht beim letzten Mal schon, wo ich das alte Schwein erwähnt habe? Das alte Schwein, ja irgendwie kommt mir, schwarnt mir da was. Da schwarnt ihr das Schwein. Schwan, äh Schwan, das Schwein heißt ja auf Englisch Pig. Das ist unsere kleine Eselsbrücke. Da sind wir beim Schwan, dem Schwein und dem Esel. Wir haben eine Eselsbrücke, Pig. P, I und G. Okay, kann jeder nachvollziehen. P steht für persönlich, I steht für individuell und G steht für göttlich. Das heißt, wir müssen uns unserer persönlichen Seite bewusst werden. Das ist so der Punkteplan. Das, was uns programmiert hat. Unsere Sozialisierung, unsere Kultur, unsere Ausbildung, unser Umfeld, in dem wir uns befinden. I ist das Interessante und da ziehen die meisten eine Niete, weil das das Individuelle ist. Das heißt, das ist das, was nichts mit P zu tun hat. Das ist dein Geburtstag, das ist deine Numerologie, das ist deine Astrologie, das ist dein Human Design, das ist deine Kartologie. Das sind die Methoden, über die du mehr über deine Individualität herausfindest, die losgelöst ist von deiner Programmierung. Und dann hast du das G und das ist das Göttliche und das ist sozusagen der große Topf der unendlichen Möglichkeiten, aus dem du schöpfen kannst. Und dem du in gewisser Hinsicht, weil du weder mit der persönlichen noch mit der individuellen Seite das verstehen kannst, dem du so ein bisschen nicht die Herrschaft, aber den Weg überlassen musst. Weil das große Ganze, das Göttliche, ist ja bereits informiert, das ist ja allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und hat dementsprechend alles. Und von dem willst du es aber haben, von dem willst du es aber manifestieren, weil aus dem geht es hervor. Also musst du dem so ein bisschen den Raum überlassen, sich durch dich auszudrücken. Da hatten wir gestern, um da nochmal hinzukommen, auch einen ganz schönen Impuls, wo wir gesagt haben, viele verstehen ja noch nicht, was das Göttliche eigentlich bedeutet und das große Allmächtige. Vielleicht kannst du da noch einmal kurz drauf eingehen. Ah, das ist die Millionen-Dollar-Frage, die du von mir an diesem Morgen hören willst. Ja, ich will alles ziemlich schnell. Du kriegst alles von mir. Auch diese Frage. Weil das total einfach ist. Das große Ganze ist geistiger Natur, ist dementsprechend nicht greifbar, es ist ein Gedankenkonstrukt und es ist Potenzial in seiner Grundessenz. Es ist Möglichkeit, zumindest in Bezug auf uns Individuen. Es ist sich selbst nicht bewusst, weil wenn es etwas absolut ist, fehlt ihm der Gegenpol zur Bewusstheit, weil es gibt ja nur eine Frau, weil es einen Mann gibt, es gibt ja nur einen Tag, weil es eine Nacht gibt. Das heißt, alles, was beschrieben werden kann, hat automatischen Gegenpol, aber das, was keinen Gegenpol hat, kann eben auch nicht beschrieben werden. Dementsprechend hast du im Hebräischen den Namen Gott ohne Vokale, weil ohne Vokale kannst du den Namen so nicht richtig ausdrücken. Dementsprechend darf der Name Gottes auch nicht erwähnt werden. Und dementsprechend schreiben die, ich glaube, die Juden auch ein G-D, also sie schreiben nicht G-O-D für Gott, im Englischen, sondern G-D, weil dieser Name nicht ausgedrückt werden kann, weil er sonst relativ werden würde und dementsprechend ist er nicht mehr göttlich. So, und dieses Göttliche für uns ist halt das, was ist das große Lagerhaus der Möglichkeiten, der Potenziale, die oder das durch uns oder die Potenziale, die durch uns in Anspruch genommen werden können, dadurch, dass wir uns damit befassen. Das heißt, dass wir eine mentale Verbindung herstellen zu dem geistigen Konstrukt, von dem wir mehr in unserem Leben haben wollen, weil wir vom Leben nur das bekommen, was wir dem Leben geben und unser Geben dem Leben gegenüber ist geistiger Natur. Das heißt, Gedanken. Ich bin bei dem Bild von dem unendlich großen Lagerhaus stehen geblieben. Ja, ich dachte auch gerade kurz, wir haben Pakete packen. Es ist ein schönes Bild, denn man kann sich ja Dinge nur quasi endlich vorstellen, auch wenn man meint, ja, das ist ja dann unendlich, aber der Geist kann das nicht fassen. Trotzdem ist es ja so groß, dass du sagst, das ist größer, als du es brauchst, als du selbst erst einmal im ersten Schritt zumindest dir selbst zutraust, in diesem Lagerhaus einkaufen zu gehen, indem du sagst, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Worauf ich hinaus will ist, dieser erste Schritt, sich in diesem Bereich zu bewegen, hängt ja auch häufig mit der Aufgabe zusammen, für sich selbst erkennen zu können, dass dieses Potenzial unerschöpflich ist und das ist für ganz viele schwer anzufassen, weil wir in dieser Prägungsphase, dafür ist die Schule ja auch gern genommen, die Menschen quasi schon für eine ganz kleingeistige Haltung erzogen werden. Das meine ich gar nicht böse, wenn sich jemand da angegriffen fühlt, sondern so sollen wir halt perfekt funktionieren für die Aufgabe, die uns von anderen zugewiesen wird. Das ist aber quasi unsere unbewusste Entscheidung, diese Rolle auch anzunehmen oder bewusst zu entscheiden, diese Rolle eben nicht anzunehmen, sondern nach dieser Größe zu schauen und dieses unerschöpfliche Potenzial zum Leben zu erwecken, so wie du es gesagt hast, dadurch, dass man mindestens erst mal anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und dieses Potenzial überhaupt in irgendeiner Form sehen zu können. Naja, das ist halt eine Eigenschaft eines, ich sage es jetzt mal neutral, unharmonischen Systems, ist aber auch verständlich, dass es im Prinzip Dinge schafft, die, ich sage mal, qualitativ unter ihm bleiben. Es ist das Kennzeichen, das Merkmal eines höheren Systems, eines besseren, eines erleuchteteren Systems, dass es Elemente schafft, die über einem stehen und unser System, das wir kennen, Schulsystem, Bildungssystem etc., schafft eben nur Elemente, die unterhalb stehen und sie werden nicht ermutigt, sozusagen über das hinaus zu wachsen, was bereits besteht und somit schafft das System, sich eben Sklaven an und die das System am Laufen halten, aber die dieses System nicht in Frage stellen. Ansonsten wird es kritisch für die, die das System ausmachen, letzten Endes oder beherrschen oder steuern und regeln. Aber da wollen wir gar nicht hin, heute erst mal. Wir müssen uns bewusst werden, dass Gedanken schöpferisch sind. Geist ist schöpferisch. Und das Schöpferische bedeutet eben, auf dieses unendliche Lagerhaus zuzugreifen. Und wir können uns, da sind wir bei Bärbel Mohr, wir können uns eben alles bestellen aus diesem Lagerhaus. Die Sache ist aber die, dass wir es bezahlen müssen. Sonst kommt es nicht. Sonst wird es nämlich nicht ausgeliefert. Und wir bezahlen durch unsere Gedanken, die schöpferischer Natur sind. Denn wenn ich jetzt sage, eine lila gefärbte Bergziege, die auf einem giftgrünen Porsche reitet, ist das ein schöpferischer Gedanke. Der verwirklicht sich noch nicht, aber er erzeugt im Bewusstsein sofort ein Bild, weil wir wissen, was eine Bergziege ist, wir wissen, was lila ist, wir wissen, was ein Porsche ist und wir wissen, was giftgrün ist. Und diese Qualität des Gedankens können und sollten wir uns zunutze machen, um uns eben mit den höheren, schöneren, harmonischen, liebevollen Dingen zu beschäftigen und diese Bestellung im Lagerhaus aufgeben und die anderen vielleicht besser nicht. Ja, das Giftgrün finde ich auch ganz unsympathisch. Nein, verstanden, was du uns damit sagen willst. Für unsere Zuhörer nochmal als kleine Wiederholung oder zum Verständnis, dein Schwein, von dem du gesprochen hast, also das Pik, ist die erste Hausaufgabe zu sagen, ich schaue mir an, was ist dann persönlich bei mir im Feld, was ist also Prägung, also sich erstmal selbst beleuchten, vielleicht auch in der Interaktion mit einem guten Freund, vielleicht sogar mit einem Therapeuten oder so, wenn man auf schwierige Dinge stößt, um dann später in das Individuelle zu kommen, zu sagen, okay, ich widme mich dem Feld der Numerologie oder du hast ja so eine schöne Kartenanalyse-Geschichte auch rausgebracht, können wir auch mal verlinken, oder eben über das Geburtsdatum einfach mal zu gucken, was ist denn da in meinen Sternen los und dann zu gucken, das ist glaube ich der größte und schwierigste in Häkchenteil, dieses Lagerhaus oder Schlaraffenland, das finde ich viel schöner das Bild, zu sagen, ich kann und darf mich da auch bedienen. Also das wäre für mich jetzt erstmal zu sagen, gut, das kann ich verarbeiten und ich kann mir genau diese drei Punkte anschauen und dann rausfiltern, wo stehe ich denn da, um dann an meine, um das Thema an der Manifestation weiterzuarbeiten. Das ist eine sehr gute Herangehensweise, weil erstmal muss Inventur gemacht werden, erstmal geguckt werden, wo ich stehe und dann kannst du zu dir selbst kommen und dann kommst du dadurch in deine eigene Macht und Kraft, dann wirst du dir auch immer bewusster, wie deine Verbindung zur Natur aussieht, weil die Natur macht dir das ja vor, sie zeigt ja, dass sie alles im Überfluss produziert, man muss sich ja nur eine Frucht angucken und sehen, wie die Samen da drin sind und dasselbe gilt eben auch für uns, dass wir eben mehr von dem schaffen können, womit wir uns befassen, weil der Tomatenbusch bringt halt Tomaten hervor und bringt Tomatensamen hervor und genau das können wir uns eben auch zunutze machen und so gehen wir schrittweise vom Persönlichen übers Individuelle zum Göttlichen und dann wirklich in den Akt der bewussten Schöpfung, der bewussten Mitschöpfung. Ja, dann haben wir ja heute einen schönen Leitfaden gelegt, an dem man sich entlanghangeln kann. Und ich merke jetzt schon, das war nicht das letzte Gespräch zu diesem Thema. Ich würde gerne eine Wiederholung in dieser Dreierkonstellation machen, damit wir uns weiter auf dem Feld des richtigen Manifestierens, richtig in Hikien, denn das Erfolgreiche ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Bist du schon wieder bei richtig? Ja, die bessere Formulierung, denn Erfolg ist ja das, was folgt. Ja, und das R steht für das große Ganze. Das heißt, wenn ich dem großen Ganzen folge, folgt das große Ganze mir. Und je nachdem, was mein Samen ist, den ich sehe, wird das eben auch nachwachsen. Wir sagen Dankeschön für diesen Impuls an diesem heutigen Tag und freuen uns auf das nächste Zusammentreffen. Vielen Dank, lieber Helmer Rudolf. War mir eine Freude. Mit einem Lächeln in die Runde.